So, willkommen zu diesem neuen Video und heute verwandeln wir diesen Porsche in einen Porsche mit Fremsschirm. Los geht's! Dazu brauchen wir ein Modellauto mit Heckspoiler am besten, vier gleich lange Schnüre und ein Stück aus ausgestellener Alta-Mitwäsche. So, ich habe jetzt die vier Kordeln mit Knoten am Spoiler und am Tuch angebracht. Und nun geht's anderthausend zum Testen.